Herzlich Willkommen liebe Schülerinnen und Schüler. Herzlich Willkommen zum Video Geometrie. Teil 23 Das Thema dieses Videos lautet Das Parallelogramm Teil A Umfang und Flächeninhalt Bauer Lindemann hat eine neue Wiese erworben. Sie ist nicht groß, aber sie hat eine seltsame Form. Er möchte nun gerne wissen, was das sein könnte. Sein Sohn Krishan geht in die Grundschule. Er fragt ihn Krishan, weißt du, was das ist? Glorfaller, das ist ein Parallelogramm. Parallelogramm Dieses Viereck, das wir das erste Mal besprechen, heißt Parallelogramm. Wir wollen es definieren. Ein Parallelogramm ist ein Viereck mit zwei parallelen Seitenpaaren. Lasst uns das Parallelogramm, die Wiese von Bauer Lindemann. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere es am besten.